Hallo zusammen, ich bin Noelle. Und ich bin Alina. Wir sind beide KV-Lernende im dritten Lehrjahr. Und wir arbeiten über 5'000 Mitarbeitende und über 160 Lernende in verschiedenen Standorten. Heute zeigen wir euch einen davon, und zwar das DFR. Darum würde ich sagen, kommt mit! Beim Bearbeiten von Dokumenten, die von der Post kommen, ist es wichtig, genau und konzentriert zu arbeiten. Zudem spielt der Datenschutz eine grosse Rolle. Am besten an der Lehre gefällt mir, dass ich die Fremdsprache brauchen darf, dass ich nachher viele Weiterbildungsmöglichkeiten habe und Teamarbeit, wie man dort viel voneinander lernen kann. Besonders beim Kanton Aargau ist alle jährliche Lehrlingslager wie auch die finanzielle Unterstützung beim Sprachaufenthalt und beim Sprachdiplom. Wenn du die KV-Lehr absolvieren möchtest, solltest du selbstständig arbeiten können, Freude an der Computerarbeit haben und den Umgang mit Menschen schätzen. In den drei Lehrern wechseln wir immer die Abteilungen mehrmals. Und das macht es eben besonders spannend. Dabei ist Kundenkontakt ein zentrales Element, sei das per Telefon, über das Mail oder sogar direkt am Schalter. So, jetzt habt ihr einen Einblick in unseren Berufsalltag als KV-Lehrende beim Kanton Aargau bekommen. Hat es euch gefallen? Dann bewerbt euch jetzt! Denn Menschen machen Zukunft und du bist ein Teil davon!